So, allerletzte Hoffnung hier. Naja, ich bin gespannt. Oh komm, die wäre so schmackhaft. Ach komm, mein Gott, so eine gute Chance dann soweit. Das ist doch zum Kotzen. Naja, wenigstens mal ein Vierer. Kleine Beatmung gebe ich dir nochmal. 1,8. Ja, eine Verlängerung oder eine volle Suppe wäre natürlich nochmal... Natürlich nochmal eine grössere Beatmung. Ja, was halten wir davon? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist jetzt gar nichts, es sei denn wir kommen jetzt nochmal direkt schnell rein. Dann könnten wir eventuell nochmal eine Hoffnung haben. Aber sonst... Pfff... Das sieht jetzt schwer aus hier. Wenn ich jetzt nochmal bis 4 Mill reingehen würde, wäre natürlich ein Traum. Aber unmöglich ist es nicht. Wenn der Bock hat, dann geht das schon mal ruckzuck ein paar mal hintereinander rein. Komm schon mal ein bisschen Ton an hier. Komm, lass klingeln hier, Mann. Oh yes, Mann, sauber. Da war nochmal eine Rettung. Eieieieiei, jetzt direkt nochmal Spiele hinterher. Wenn natürlich... Die absolute Sahnehaube hier. So... 9K nochmal. Ja... Wir stehen immer kurz vorm Abnippeln. Aber dann kommt nochmal irgendwie irgendwas. Wir brauchen jetzt eine schnelle, schnelle Öffnung. Mit den nächsten 100 Spins muss was passieren. Ja, Mann. Das ist die 9K nicht umsonst gewesen sein. Wir machen was jetzt. Wir machen was jetzt. Ein Buch, zwei Bücher, ein Buch, zwei Bücher. Kann ja jetzt noch mit 4 kommen. Aber wir wären ja schon froh, wenn 3 kommen würden. Weil, was soll man mit 4, wenn die nichts vernecken. Komm schon mal, mach keine Faxen hierher. Komm schon, Mann, mach keine Faxen hierher. Hinten noch ein Buch dran, wäre super gewesen. Hinten noch ein Buch dran, wäre super gewesen. Das wäre ein Traum gewesen, ey. Fünf Mumien geben danach. Zack, zack, zack. Spiele hier, Spiele da. Man könnte eventuell nochmal hochkraxeln. Jawohl, ey. Jetzt kommen wir mal. Komm, Könige. Zähne. Wäre wenigstens mal ein, zwei Verlängerungen kriegen würden. Nein. Boah, zieh doch durch. Komm jetzt, König. Komm jetzt mal. Okay, roba. Komm, 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 beste Voraussetzung, ach komm, naja, wenigstens nur ein 4er 10er gerettet, obwohl solche Bilder hatten auch schon mal Verlängerungen mit Vollbild. Und jetzt letzte Schuss. Ja, gut, ok. Für die 10er sehr gut bezahlt, jetzt können wir ja nicht mickern. Ja, das Ding ist jetzt größte zu den nächsten 30 Drehs oder was neue Spiele, damit du am aufsteigenden hast bis hier. Aber wenn die Spiele zu lange brauchen, dann ist das mies, dann bringt das nichts. So, zum Beispiel jetzt nur den restlichen 30 Drehs da, da muss jetzt noch mal einer nach Zwiebel. Aufbauarbeiten. Doch, damit alles zugreifen. Entschuldigung. Wenn du jetzt vielleicht noch mal Spiele kriegen würdest und du hättest ein bisschen Bock, dann könntest du auch bauen 15, 18 dies, je nachdem was du da kriegst, aber das dauert alles zu lange, man. Aber wie würdest du aufbauen, das Problem ist, wenn du alle 330 mal Spiele kriegst, das ist der Schaden zu groß, man. Jetzt tanz an, verdammte Scheiße. Und bestimmt Käfer oder dieser Kacklöbe oder was das ist. Ist das schmierig, du. Okay, guter Stärkauer. Oh, voll wild. Ja, ich darf mal meinen Hund kurz die Lage checken, wann kommt so, weil ich glaube, ich muss wieder zum Hund. Ein Spiel guck mal, wenn nichts kommt, gehe ich zum Hund und ab zum Hund. Okay. 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 Ja, schön, das sind wenigstens mal ein paar Serien, ey, Mann, ey, wir müssen uns hier zurückkatapultieren. Schöne Serie, sehr schön. Komm, jetzt direkt, bumm, 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 direkt einen hinterher. Wenn er einmal diese Phase hat, ey, dann Geisteskrank hab ich schon oft gehabt hier. War das nämlich oft so. Keine 20 Drehs später, bumm, wieder drin. Bumm, wieder drin. Ja, genau so ruhig war das nämlich jetzt. Kommt, tanz an jetzt. Ich glaube, wir hatten bis jetzt noch nicht einmal, dass er zweimal hintereinander in den 100 Spins reingegangen hat. Der ist ja, glaube ich, bis jetzt immer in den 100 Spins wenigstens einmal reingegangen. Aber zweimal hatten wir bis jetzt noch nicht, Mann. Komm, jetzt schnelle Suppe brauchen wir, macht keine Fuchs mehr. Hmm. 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 Wenn er in den Spielen drin war, hat er ja relativ ok gegeben mit den kleinen Symbolen. Das ist maximal 15 km so rein, sonst wird es ölig hier. Mitklarzun, mitklarzun, mit Karnix. So, letzte 100 Spins, wenn nix kommt, dann raus, was soll man machen, dann muss ich woanders nochmal nachgucken, ob ich irgendwas in der Glaskugel finde, aber so, schade, er hat uns echt nochmal eigentlich gut nach oben geholt von den letzten Moneten, aber leider ist der Bücherblock, das jetzt sich mal hintereinander kommt, nicht da, man. Hm, was kann man da noch machen, kann man sich mal allein fallen lassen, bin die letzten Tage echt nur noch Hardcore am Zocken, na boah, also Hardcore Einsätze, aber keine Ahnung mehr, klar, Maxwin gehabt auf, ja, aber auf Itero, 5,50 Euro, ja. Ja, jetzt komm, Alter, jetzt will ich was sehen, wenn du nicht bezahlst, mein Freund, bist du hier auf der Bannliste. Mach wenigstens 2,4, irgendwas, damit man hier ein bisschen, ein bisschen atmen kann, Mann. Mach mal ne Verlängerung, ey, mein Gott, wie lange muss ich denn auf ne Verlängerung warten, hält doch keine Saum mehr aus hier. Ach komm, guck dir da dann, ey. Beste Chance, um dann sowas, ey. Yes, Mann. Boah, Junge, wat ne Wettung hier, ey. Meine Frisse, ey. Ja, Mann, sauber, wat sind doch die Geschichten, die wir hier, wo wir am Hintern schnüffeln wollen. Ja, schade. Ja, aber das sind die Flatschen, die wir brauchen, Mann. Wir kommen noch mal zurück. Wir werden die nicht abfallen. Und der geht jetzt weg noch mal rein. Sonst gibt's nämlich Power-Dinos. Und da hat er keinen Bock drauf, deswegen muss der jetzt noch mal reinkommen. Komm, Alter. Ist ja noch im Stream, ey, 30 Kerl noch auf die letzten 1.000 Euro da gekriegt bei Reaktions. Du, und das habe ich doch gesagt, Leute. Mein Gott. Warum glaubt mir eigentlich nie einer? Und jetzt kommt das Jot. Uuuuuh. Okay, hopp oder zopp. Let's go. Obwohl ich mit der Mumie hier noch nie Glück hatte. Ja, mach mal ein 4er. Ein ganz veröelter 4er. Ja, schade. Ja, das ist nicht gut. Aber verlängerungstechnisch. Komm, mach, komm. Das war ja wieder mal gar nichts. Mein Gott, ist klar. Nächste Umdrehung kriegst du direkt wieder drei im Auge reingesteckt. So, Leute. Ich würde jetzt noch die letzten 100 noch einmal angasen. Weil ich vielleicht denke, dass jetzt noch mal direkt klingelt. Und dann bin ich hier raus und mache mal das Video auch mal auf Stopp. Komm, mein Freund, eine Öffnung geht noch. Ja, Leute. Und nicht vergessen, abonniert mal nebenbei meinen neuen Streaming-Kanal. Ihr müsst unten in den Kommentaren. Da sieht da ein blauer Link. Der führt dann zu Kik. Wer da noch kein Konto hat, macht sich eins. Lässt ein Abo da. Dann werdet ihr auch immer direkt benachrichtigt, wenn ich live gehe. Und so weiter und so fort. Tja, was soll man hier noch machen, Mann? Ja, das sieht nach einem Gewitter aus. Hier passiert nichts. Ja, ja, hier passiert nichts. Was soll das denn? Ja, diese Hängerei. Da kriege ich ja einen Anfall. Schade, 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 schade. Ich sage ja immer, hoffen bis zum letzten Spin, Mann. Bis zum letzten Kauf. Na ja, gut, Leute. Komm, raus hier. Ein neues Video kommt. Und denkt dran, Kik abonnieren, runterladen. Dies, das.